Hallo und herzlich Willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagdnachen Ticket und heute habe ich das Spiel Kaste Kasse. Viel Spaß. Und da sind wir wieder mit dem Spiel Kaste Kaste und dann schauen wir mal. Ich habe die Arena freigespielt, juhu. Und dann gehe ich jetzt mal auf. Das Buch mit der ganzen Mission und hier gehe ich. Ich habe noch gar keine Dailies. Na gut. Ich würde auf Dailies gehen, aber das haste ich ja schon erübrigt. Och bis dahinten. Zwei Zauberreihen. Fertig. Angriff. Oh, was ist denn das dahinter? Oh, was ist das? Boah. Ich brauche 50.000 Gold. Oh, was ist das? 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 Oh, die ist schon 16, dann will ich da mal was machen und ich nehme, äh, die und sitze da rein. Ach, der kann gar nicht mehr, doch, und sie ist jetzt die neue Kriegerin. Oh, der ist stärker. Hier, Ritterrüstung wäre das hier. Oh, der ist stärker. Oh, der ist stärker. Ach, der hat mir ausweichen, lasse ich den drin. Oh, der ist stärker. Okay. 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 Jetzt habe ich die 50.000 zusammen. Dann, wenn wir einmal unseren Thronsaal verbessern. Okay. 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 Ich bin dran, ich brauche drei Bewohner der Stufe 17. Sie hat vier Sterne. drei. 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 Und vier. Drei. 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 Zwei Vierer. Ganz viele Dreier. Und, ich glaube, zwei Einser waren das, ne? Ach, und zwei habe ich auch noch. Auf jeden Fall dauert das noch ein bisschen. Dann schauen wir mal weiter. Oder? Gehen schon mal weiter. Da geht auf. Ja. Okay. Vielen Dank. Das schaffe ich nicht. Denke ich jetzt einmal auf Arena. Ich habe eine Kampfstärke. Oh, falsch. Darauf. 45.000. Na gut, dann kann man gegen den. Der 22.000. Okay. Wer ist auf dem ersten Platz? Oh, scheiße ist auf dem ersten Platz. Was bin ich? Oh, scheiße. Okay. 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 Es kommt schneller, die drei müssen auch kämpfen, die beiden nur noch. Ja, nur noch. Richtig mal, der ist offline gegangen. Jetzt sind zwei Formen hier, das ist gut. Das ist gut. Da ist scheiße. Da ist jetzt der stärkste. Der ist sogar schwächer als ich. Und der auch. Kämpfe ich gegen den jetzt, einmal gegen einen starken, einen schwachen und dann wieder einen starken. Hoffe ich. Tadam. Scheiß hat mich nicht besiegt. Jetzt muss ich gegen einen schwachen kämpfen. Tadam. Tadam. Alles fettig, bis auf der hier. Wie ich sagte, der ist bestimmt weggegangen. Der hat nur einen Kampf gemacht. Der hat da verloren. Und hat da gesehen, ach ich bin der schwächste. keinen Bock mehr. Kein Bock mehr. so. Und können wir jetzt gegen den hier. Bäng, bäng, bäng. 131, 131, werde ich überholt oder nicht? 112, 113. Scheint nicht so. Das schaffe ich nicht. Oh, der wird's natürlich gekämpft. Er hat wieder einen Kampf absolviert. Oh, der wird's natürlich gekämpft. Hm. Mini ist aber noch vor mir. Hätte ich nur gegen den anderen gekämpft vorhin. So, ein Mist. Ha. Dann kämpfe ich gegen den hier. Und hoffe, dass ich Zweiter bleibe. Oh, das habe ich sogar verloren. Ne, doch nicht. Boah. Aber richtig knapp. Richtig knapp. 53. Der kann mich noch überholen, wenn der einen besiegt, der vorn ihn ist. Also Zweiter bislang. Ja. Zweiter. Gut, dann holen wir unsere Belohnung ab. Nur als Zweiter. Nur als Zweiter. Und das war der Magier. Und das war der Magier. Dad n Rocky. Das war der Magier. Ach, Trash, Trash. T餒en. Rumors doit schwierig. So, nicht laying in Af свобод? Aber der Magier kommt vor dir das schon. Dann Ihr Alright, so. Herr zum ein Level ausweichen kritisch besser der ist besser schon gut ja das würde ich ja gerne abholen aber dann ist alles weg und was kann ich noch machen 4,5 ok das war es bei dem gold lager Trophäen habe ich die 3 Trophäen und was kann ich noch mal und was kann ich noch mal red dog wie sieht es bei ihm aus warum komme ich nicht mehr zu dir hin mein account ah ja gut dann würde ich mal sagen das war es für heute dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen ich würde mich freuen wenn du heute nächstes wieder seid bis dann wünsche ich viel Spaß und auf Wiedersehen Dicke Dorn tschedeede 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 klar